Er ist erledigt. Ach Gott sei Dank. So, jetzt müsste man so... Ich loote ihn gleich. Zehn Pfeile habe ich noch. Und hat natürlich nichts. Kannst du noch welche Kräfte sonst mal gesichert? Er ist erledigt da drinnen. Okay, pass auf, ob nicht irgendwo welche liegen. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Ich sehe da drinnen noch nichts. Es sind... Ich schaue mal, ob ich die Fackel anbringen kann. Ah, vor dir liegt einer. Ja, den habe ich schon. Ah, da vorne steht einer. Okay. Soll ich mit rein? Boah, da ist ich den. Die ist erledigt. Ich halte da draußen mal... Die ist auch erledigt. Achtung, es kommt wieder einer. Okay. Ah ja. Wir fallen... Ah, da. Im... Hier im Fenster. Jetzt kommen wir da, ne? Wie kommt auf dich zu? Von den Treppen kommt da ne. Die ist schreckt, 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 schreckt. Durch die durchgeschossen. So, die ist jetzt auch X. Hinter mir ist einer. Oh ja, das war's. Sehr schön. Gott sei Dank sind sie unter Tags noch sehr langsam. So, ich baue mir nur noch mehr Pfeile. Mhm. Was ist da? Achso. Ewig nicht gespielt. Ich war nämlich urschreckhaft. Also wirklich. Hm. So, dann wieder rein. Ist da noch einer? Keine Ahnung. Kann einer nachschauen da. Nein. Da schaut's einmal gut aus im Erdgeschoss. Ach ja, es gibt eine Treppe. Ja, aber nicht gleich rauf. Soll ich da mal zumachen? Dann kommt zumindest von hinten nichts. Ja, aber machen wir nicht so viele Geräusche. Ich bin mir nicht sicher. Da oben nicht nur, wo ich hier sehe. Ah, ich werde hier unten meine Fackel anbringen. Ja, ein großer. Okay. Raus, 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 raus. Da ist nicht offen. Wüsste ich da drinnen spielen mit ihm? Nö, eher eine große Spielwiese. So, dann stellen wir sie da wieder auf. Du da drüben. Ich hoffe, er kommt gleich. Äh, jetzt geht er wieder rauf. Alter, hallo. Da kommt der Zappelphilip den Hang runter. Hat er dich gesehen schon? Nein. Ich bleib aber hier draußen und schau. Ich bin hunted. Ich bin immer hunted. Ja, nein, das ist der, den ich mitgebracht habe. Okay. Ich schieße einmal auf ihn und schaue du auf der näheren Umgebung, ob da noch wo einer kommt. Laufen wir mit ihm. Ah, okay, schieße du jetzt auf ihn. Okay. Ja, da kommt der Zappelphilip. Ist aber noch weiter weg. Ich habe ihn angeschossen. Er hängt an mir. Okay. Das war wieder toll vorbei. Jawohl. Und drauf mit der Kalle. Ist er erledigt? Ja. Ist das der einzige? Oder drinnen, meine ich? Ich bin nach oben, habe den gesehen, wie er aufsteht und bin sofort weg. Okay, ich werde hier trotzdem mal ein Frame reinsetzen. Ja, das war's. Also ich nehme mal an, dass in der gesperrten Tür da niemand mehr ist. Okay. So, da haben wir eine Kiste. Ja, da haben wir einiges für die ersten Grundlagen. Schau mal. Hä? Ist aber jetzt nicht vorher, oder? Was? Nein, in dem versperrten Raum ist er ja noch drin. Okay. Gut, dann helfe ich dir beim Aufmachen. Gut. Ich weiß nicht. In Richtung, ich komme mit dir runter. Okay. Soll ich aufmachen noch draußen? Oh, das ist ein Kreisch. Oh, dicke Mama. Oh, fuck. Fuck. Ah, die sperrt mir hin. Ich bin draußen. Ja, ich komme auch schon. Ah, ja. Fuck. Oh, die ist so grauslich. Die dicke Wasser. Ja. Oh, da kommt's. Oh, Gott. Wem fällt sowas ein? Ja. Perverslingen. Wer entwickelt... Nein. Oh, Gott. Uuuuuh. Boah, die ist so hässlich. Allein die Bewegung. Die Textur ist ja weniger schlimm, wie diese Bewegung von dir. Die schaut aus, wie wenn sie das Genick gebrochen hätte. Uuuh. Durch den Holzzaun kann man nicht durchschießen. Nein, ich treffe sie schon, also ich will unbedingt bei der Hintertür raus. Alter, die Fristpfeile. Ah, jetzt liegt sie. So, und drauf. Die steht noch einmal auf, das gibt's ja nicht. Oh, oh. Was ist mit der? Achtung, hinter dir ist. Oh, wo geht's da raus? Du hast schon wieder Zug gemacht. Ah, fuck. Da kommt noch einer. Ja. Oh. Oh, ich hab nur mehr einen Pfeil. Dann laufen wir mal im Kreis. Oh, das war dann nicht. Oh, Misti. Lauf davon, lauf davon. Ich schau, dass ich die Mama krieg. Ich sammle ein paar Steine. Oh. Äh, was ist? Wo bin ich denn jetzt? Ah, scheiß Hülle reingefallen. Nein. So. So. Bin noch immer am Steine sammeln. Oh. So. Kräftepfälle. Ah, mich hat einer erwischt. Scheiße, ich komm nicht weg. Scheiße, scheiße. Wow. Ich lauf mal rund ums Haus, ja? Mhm. Und dann versteck dich wo. Du vielleicht die Hellbandage anlegen oder so. Mhm, gute Idee. Steinachst. Scheiße, ich hab viel zu wenig Material. Ah. So, wo sind die hin? Ich kann nicht einmal mehr Steinachs machen. Äh. Ich hoffe, die geht jetzt zurück ins Haus. Vor allem, die sind so unterschiedlich schnell. So. So liegen. Ich hab noch zwei Pfeile. Wo sind die hin? So, ich mach die Steinachs nach. Und Pfeile. Das ist eine gute Idee. Okay. Ähm. Ich glaube, im Haus ist keiner mehr, gell? Und die ist sicher noch wo in der Nähe. Die geht nicht weit weg, wenn sie sogar wieder hinten, also da raufelt, sitzt. Wo es rausgekommen ist. Okay. Na, dann schlucken sie mal. Ich schlag da jetzt einmal ein bisschen auf den Stein ein. Einfach nur damit... Ich hab nur 13 Pfeile. Ja, ich bin nur noch einmal auf 10. Ich... Ich finde die nicht. Die dicke Maul. Vielleicht hast du das erledigt mit den letzten. Na, die ist auf mich zugelaufen, wie ich weg bin. Oder sie sind in die Höhle abgestützt. Wo sie mich schon klar erwischt hat jetzt. Okay, wo ist die Tufelhöhle? Da bin ich auch hängen drin. Direkt unterhalb von dem Haus, weil die... Ah ja, dann weiß ich, wo ich nicht hingehe. Aha, ich bin gejagt. Okay. Spannend. Und von wo? Das ist der, den wir vorher schon hatten. Der Zappel, Philipp? Hm. Okay. Ich sage mal mit Steinchen. Und Holz? Hey, Performance wäre schon mal besser von dem Game. Mhm. Ich muss anbekommen, dass ich heute runter schaue. Bei mir ruckelt es. Oh ja. Ah ja. Achtung, hinter dir ist er dicker. Weg, 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 weg. Ah, fuck. Wie oft schieße ich jetzt noch auf den? Mann, das gibt's ja nicht. Oh. Oh. So, der frisst jetzt den 10. Pfälk. Ja. So. Da frisst jetzt den 10. Pfälk. Ja, er ist erledigt. Uh, hinter mir ist der dicker. Ja, ich sehe ihn. Ah, das ist der alte, den es früher schon mal gegeben hat. Den muss jetzt richtig sein. Aber wenn ich ihn troffen, hängt er an mir. Ja. Warte mal, ich schieße auf ihn. Oh, daneben. Ich finde nur die alte Mama nimmer. Jetzt kümmert man sich immer an den da. Ach, ich habe keine Pfeile mehr. Und bei mir die letzten. Einer noch. Drei kann ich mir noch körpern. So. Für mich ist das. Ich kann dann herbringen. Ja. Shit, und der geht daneben. Yes. Liegt er? Ja. Und nichts drin. Alter. Ah, ist der aufgestanden? Ja. Ich habe den doch gelootet. Das ist ein Bug. Ach so, er hat er aber nicht geschlagen. Das ist nur wegen dem Bug. Jetzt ist er. Schreck mich. Oh Gott. Ja, ich denke mal, da wird noch etwas gendert. Und ich denke mal, wir sollten in das Häuschen gehen. Und schauen, ob da nicht nur eine Überraschung ist. Ja, ich brauche dazu eine Motion. Oh, jetzt kriege ich da noch große Steine raus. Oh, das ist vorher auch so. Kann man mit dir auch Fällspitzen machen? Hm. Ah, doch. Ah, das ist auch nicht die gleiche. Ah, fertig. So. 15 habe ich noch einmal mit dir. Der muss jetzt vor Ihnen. Das Mädel. Welcher Mädel? Ah, die zarte Mama. Joll. Wo ist die überhaupt? Big Mama. Das will ich gerade nachschauen. Okay, ich habe keine Pfeile mehr. Bin oben. Okay. Oh, fuck. Scheiße. Was? Oh Gott. Ja, genau dort, wo sie war. Die geht genau wieder dorthin, wo sie vorher geschlafen hat. Sie kommt schon. Scheiße, ich habe mich nicht geschreckt. Oh, fuck. Es gibt es ja nicht. Wacht, der scheiße mich wirklich an. Das ist ein Wahnsinn. Ich hasse die. Die Bewegung. Da ist sie. So, ich habe mich nicht. So, sie hängt an mir. Mhm. Ja. Und jetzt drauf. Ja. Geschafft. Luten, super. Schaufel, danke. Rein. Wir müssen nur die Dings abbauen. Die? Magst du da herunten bitte zu? Und ich fange gleich an, die Holzstücke abzubauen. Ah, okay. Ich, äh, ja. Und luten. Ich setze zwei Woodframes rein. Ja. Und luten, hat es gesagt. Ja. Ja. Was denn? Ja, das höre ich. So. Oh, da steht nur irgendwas auf Fuckrahmen. Jetzt ist er weg. So, dann stellen wir der Tibra dann Holzrahmen rein. Okay. Sehr gut. Ich habe ein sehr unangenehmes Gefühl. Kommst du rauf? Ja, ich komme schon. Ich bin zwar mit Lupen nicht fertig. Egal. Ich komme dann, ah doch. Ich habe meine Fackel da unten vergessen. Egal. Komm doch. Ich hoffe, die kommen da nicht drüber. Okay. Ich habe ein Lichtchen gefunden. Und ich schalte dir das ein. Ah ja. Ah, da unten war noch ein Rucksack. Oh. Eine ganze Hilfe. Mhm. Den Sessel, den nehme ich auch gleich. Die verbrennen nämlich gut. Beziehungsweise kann man da... Ich stelle da noch meinen letzten Frame rein. So. Bedroh. Ja, gute Idee. Liegt schon? Nein, nicht ins Castle. Daneben. Neben meiner. Das Sportböck. Nehmen wir da was. Ja, wir haben eingestellt, dass kein Respawn ist. Ich lege das rein. Da war ein Schutzwester drinnen. Kannst du anlegen. Na, Lederpustpanzer ist das. So, kannst du annehmen. Liegt da drinnen. Okay. Also wir bauen alles ab, weil es sowieso kein Respawn gibt, oder? Ja, wir haben eine Respawn abgestellt, ja, stimmt. Ja, tut leid, dass es ein bisschen stressig war, aber der erste Tag ist immer, puh, heftig. Kannst du mal... Ja, wir haben ihn gefunden. Ah, Schutzwester, cool, danke. Kannst du mal ein Lichtchen warm bringen? Ah, hast du den? Habe ich ja schon. Ah ja, das ist so ein Pfunzenlicht, Entschuldigung. Heller wird es nicht. Ich kann es ein bisschen weiter runtersetzen. So, jetzt sehe ich gar nichts mehr. Moment. Ja. Aber ich will es eigentlich nicht weiter, wenn nicht, dass die das wegschlagen. Ja, dann, ja, dann setze ich an die andere Wand hier. Wo an die andere? Gegenüber da, wo du stehst. Naja, da könnten sie auch durch. Auf drei hochschlagen, sollte nicht hin. Da besser. So. Auch nicht wirklich. Wo ist sie denn jetzt? Ah ja. Ja, wenn es euch gefallen hat, die erste Doppelfolge, dann schaut es wieder rein. Daumen hoch und wie es halt weitergeht mit uns zwei. Bis dann. Ciao, ciao. Und. Ciao.